Du willst solche Barsche fangen, weißt aber nicht genau wie? Kein Ding, mit diesen drei Schritten klappt's. Schritt 1. Packe das Perch Go Kit aus. Rute, Rolle und Schnur sind optimal aufeinander abgestimmt. Schritt 2. Verbinde das Carolina Rig. Die Erfolgstechnik ist bereits vorgefertigt. Und ziehe den passenden Köder auf. Schritt 3. Führe den Köder gemäß Anleitung und fange deinen Barsch. Muss nicht kompliziert sein.